Hey Leute, ich bin Shady von Domino Duo und dem Video dreht sich um Skyforge, das neue Update, was am 16. Mai für die PS4 erscheint. Das Update heißt The Ryzen Exilus, ich hoffe zumindest man spricht das so aus. Und es wird jede Menge Spieler von uns auf jeden Fall, ja ich würde sagen glücklich machen, ich gehe auch dazu, weil es werden endlich die drei neuen Klassen dazu kommen, der Hexer, der Necromant und der Mönch, was auf jeden Fall richtig, richtig geil ist. Dazu kommen, hier wird beschrieben Group oder Pantheon, Inga Test Area, ich würde sagen das wird so eine Test Arena sein für das Pantheon selber oder halt für Gruppen. Dann gibt es Antin Wasteland Zone, dazu mehr Code wird wahrscheinlich eine neue Zone sein, die man betreten kann. Dann kommt hier Foreus Test Area, ein Dungeon, also ich würde sagen das wird auch halt so eine, ja könnte nicht mal sagen gut Foreus, ne sagt mir nichts, falls jemand dazu was genaueres weiß, kann ich ja die Kommentare schreiben. Aber auf jeden Fall kommt ein neuer Dungeon, was auf jeden Fall ein richtig cooles, dann dazu kommt noch 10 Faust, also 10 gegen 10 PvP Matches kommen neu hinzu. Wo ich auch echt sag mal drauf gespannt bin, wie das sich spielen lässt. Vielleicht macht es ein bisschen Spaß, vielleicht gibt es noch einen guten Loot. Und dann steht hier, wo ich mich auf jeden Fall mega drauf freue, ist The Beginning of the Pantheon Wars. Also die Gildenkriege gehen im Prinzip mit dem nächsten Update los auf den Konsolen und ich freue mich mega drauf. Ich hoffe ihr freut euch auch auf dieses Update. Wir werden auf jeden Fall, sobald der 16. Mai draußen ist, jede Menge Videos zu dem Update bringt. Es wird Klassenguides zu allen drei Klassen geben. Wir werden alles vorstellen, was man vorstellen kann auf jeden Fall von dem Update. Deswegen, wenn ihr mehr dazu haben wollt, einfach ab dem 16. Mai auf unserem YouTube Channel reinschauen. Und ihr bekommt alle Infos, die wir auf jeden Fall an dem Tag sammeln können. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Shady von Domino Duo. Wenn das Video euch gefallen hat, würde ich einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr beim 16. Mai nichts verpassen wollt, einfach auf den Abo-Button drücken und ihr bekommt alle Videos mit. Bis dann, tschö.